Servus! Seit unserem letzten Video hat sich nicht viel geändert an unserem Standort. Wir sind hier noch am Haus der Grenze, die Gedenkstätte am Point Alpha und wir machen heute die andere Extra-Tour, die man von hier aus starten kann, den Rastwarfer mit 15,5 Kilometern und ich würde sagen, schaut sich an, auf geht's! Die Gedenkstätte, die Gedenkstätte! Setz dich mit her, der Fuß kommt gleich. Okay. Okay. Und das war die Extra-Tour der Rad. Das war wieder eine sehr schöne Tour. Wir hatten sehr viel Spaß und freuen uns auf die nächste Tour. Ich würde sagen, bis dann.